Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zu den deutschsprachigen Nachrichten aus Ungarn. Mein Name ist Aron Schmidt. Der Preis für sechs Lebensmittelartikel soll ab dem 1. Februar eingefroren werden, kündigte der Ministerpräsident an. Laut dem Regierungsbeschluss vom Mittwoch werden die Preise für Zucker, Mehl, Sonnenblumenöl, Schweinekeulen, Händchen, Brust und Milch mit 2,8 Prozent Fettgehalt festgesetzt werden. Viktor Arban ergänzte, demnach sollen die Geschäfte die aktuellen Preise auf den Stand vom 15. Oktober senken. Ab Mittwoch dieser Woche werden landesweit die Rentenzuschüsse per Post ausgezahlt bzw. vom ungarischen Schatzamt überwiesen. Im Vergleich zum Vorjahr sind die Renten um 5 Prozent gestiegen. Die Regierung begründete den Zuschuss damit, dass dadurch die Kaufkraft der Renten erhalten werden könne. Sollte die Inflation in diesem Jahr die 5-Prozent-Marke übersteigen, so soll der Zuschuss dem Plen nach entsprechend angepasst werden. Übrigens entspricht der Rentenbetrag für Januar der 13. Monatsrente, die im Februar ausgezahlt wird. Die bisher umfangreichste ungarische Investition in Straßenbau startet demnächst auf Sri Lanka, kündigte der Minister für Außenwirtschaft und Auswärtiges in der Stadt Kolombo an. Peter Siat erklärte, im Rahmen des Projekts, das per Entwicklungskredit der ungarischen Eximbank finanziert werde, soll das Unternehmen Beton-Utepitöse RT zwei große Hochstraßen nahe der Hauptstadt des Inselstaates richten. Der Ministergänzter Inirekhaser wurde bereits mit dem Bau der Metallgerüste begonnen, die anschließend im März nach Sri Lanka transportiert werden. Die Arbeiten vor Ort werden voraussichtlich im Oktober kommenden Jahres abgeschlossen. Im Vergleich zu den letzten Parlamentswahlen in Ungarn hat die Zahl der diplomatischen Vertretungen wesentlich zugenommen, in denen Wahlberechtigte am 3. April ihre Stimmen abgeben können, und zwar um 29 Wahllokale. Jene wahlberechtigte Bürgerinnen und Bürger mit ungarischer Adresse, die sich am Tag der Parlamentswahl im Ausland aufhalten werden, sollen in insgesamt 146 Städten zur Stimmabgabe erwartet werden. In den vergangenen Jahren sind neben mehreren Großstädten in Europa und den USA diplomatische Vertretungen unter anderem in Laos, Panama, Uruguay und Zambia eröffnet worden. Weiterhin kann man landesweit mit einem deutlichen Anstieg der Corona-Fallzahlen rechnen. In den letzten 24 Stunden wurden knapp 8.000 Neuinfektionen gemeldet. Angesichts der rasanten Ausbreitung der Omikron-Variante appellieren Gesundheitsexperten an die Bevölkerung, die zahlreichen Möglichkeiten einer Erst-, Zweit- bzw. Auffrischungsimpfung zu nutzen. Im Januar kann man sich im Rahmen einer weiteren Impfaktion jede Woche Donnerstag und Freitagnachmittag bzw. ganz Samstag ohne vorherige Impftermin buchen, für eine Schutzimpfung melden. Sie sahen die Nachrichten aus Ungarn. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Auf Wiedersehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017